Guten Morgen! Morgen! Zurück aus dem Urlaub live an den Märkten und wir schauen heute, wie ich es im Research am Sonntag auch angekündigt habe, auf das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Und jetzt muss ich mal kurz auf meinen Spickzettel schauen. US-Dollar, Schweizer Franken und Euro-US-Dollar sind auch noch drauf. Der US-Dollar ist momentan relativ schwach. Der Martin hat ja letzte Woche auch ein bisschen was dazu erzählt, was die neue Richtung ist oder was die neue Strategie der FED ist, welche Auswirkungen. Das hatten wir sehen momentan. Der Dollar reagiert darauf etwas mit Schwäche und das hat natürlich auch Auswirkungen auf andere Währungspaare. Im US-Dollar, japanischen Yen gab es den starken Kursrutsch. Da gab es auch politische Sachen im Endeffekt im Hintergrund. Und das sind die Dinge, die wir heute mal so ein bisschen beleuchten bei dem Währungspaar. Also, der Weg für heute ist schon mal vorgegeben. Raum für Fragen ist natürlich auch da. Ich hoffe, dass ich auf Facebook auch heute wieder Kommentare sehe. Da gab es ja vor meinem Urlaub ein Issue bei Facebook. Vielleicht haben die das ja inzwischen schon einmal erledigt. Ich sehe momentan noch keine Kommentare. Also, falls mir irgendwer geschrieben hat, da sehe ich aktuell jetzt nichts. Ansonsten, Zoom läuft. Allen hier herzlich willkommen und wie schon gesagt, Raum für Fragen rein in die Chats. Ich kümmere mich dort, wo ich sehe, sehr, sehr gerne drum. Wir machen einfach weiter hier an dieser Stelle mit dem ganz normalen Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann kommen wir zu den Nachrichten. Heute ist Montag. Da gibt es nicht ganz so viel. Wir sehen es hier. Briten haben Feiertag. Aus den USA bekommen wir um 15 Uhr eine kleine Rede von einem FOMC-Mitglied. Vorher haben wir noch um 14 Uhr den Verbraucherpreisindex für Deutschland. Also, nichts Gravierendes heute am Montag. Aber in der Woche, wir machen mal kurz noch die Wochenvorschau an sich, da gibt es einiges. Wir sehen es hier. Heute haben wir schon bekommen, sozusagen hier am Moment. Das ist der 3. August. Das ist die falsche Woche. Was ist denn hier passiert? Hier haben wir es. Dienstag, 1. September an dieser Stelle. Wir bekommen aus China den Einkaufsmanagerindex gegeben. Wir bekommen aus Deutschland den Einkaufsmanagerindex. Die Arbeitslosigkeitenzahlen bekommen wir. Wir bekommen von den Briten den Einkaufsmanagerindex aus der EU-Zone, den Verbraucherpreisindex und in den USA dann am morgigen Dienstag den ISM-Einkaufsmanagerindex. Also, ein wahnsinnig voller Terminkalender am morgigen Dienstag. Aber die Woche ist da noch längst nicht mit zu Ende. Mittwoch bekommen wir ADP-Beschäftigungsänderung um 14.15 Uhr aus den USA. Wir wissen auch, das ist dann immer die Woche der Non-Farm-Payrolls. Und wir bekommen am Mittwoch natürlich den Blick in die Rohöl-Lagerbestände. Und dann geht es weiter mit den Einkaufsmanagerindex am Donnerstag. Hier der Gesamtindex bei den Briten und die Dienstleistung. Wir bekommen um 14.30 Uhr aus den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Bei den Briten spricht der Bank of England Governor Bailey. Und wir bekommen am Mittwoch dann auch noch den ISM-Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungen. beziehungsweise am Donnerstag so rum. Und am Freitag, da ist dann der Tag der Non-Farm-Payrolls. Die bekommen wir hier am Nachmittag zusammen mit der Arbeitslosenquote. Am Vormittag gibt es dann auch den Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe in Großbritannien. Also eine Menge Nachrichten, die wir diese Woche haben, die durchaus Einfluss zum einen auf die Indizes, aber zum anderen natürlich auch auf die Währungen haben können. Das Ganze ist an dieser Stelle mal das Programm für diese Woche. Und ich würde sagen, damit gehe ich einfach mal rüber in die Charts hier rein. Wir klicken es auf und sehen hier an dieser Stelle das Währungspaar Euro, US-Dollar noch. Das hatte ich jetzt noch von der Morgen nicht in Vorbereitung mit da, um zu schauen, was der Markt über Nacht gemacht hat. Den gucken wir uns gleich an. Ich würde gerne zu Beginn allerdings erst einmal das Währungspaar US-Dollar, japanischen Yen auf die Uhr nehmen. Und zwar würde ich gerne das kurzfristige Bild zuerst beleuchten und dann einmal auf das längerfristige Bild schauen. Wir sehen das auch schon im Hintergrund. Ich mache gleich mal noch den Bildschirm groß hier für den Facebook-Stream an dieser Stelle. Und da haben wir es gleich da. US-Dollar, japanischer Yen. Hier haben wir das Ganze im Tagesschart verortet. Das ist das, was wir hier sehen. Und wie schon gesagt, ich hatte es im Blog auch angekündigt. Wir haben an dieser Stelle hier zwei verschiedene Dinge definitiv mit da, die wir zur Trade-Planung auch mit nutzen können. Heißt also an dieser Stelle, wir blicken zuerst mal in das etwas kleinere Bild hier im Tagesschart. Da sehen wir natürlich auch im Groben hier haben wir fallende Hochs und fallende Tiefs. Das heißt, die Dynamik kommt schon eher von der Ober- zur Unterseite rein. Und wenn wir uns das Ganze mal etwas näher anschauen, dann fällt es auf, dass wir hier oben diesen Bereich haben, um die Marke von 107. Das ist ein Drehbereich. Da ist der Markt hier, der hat schon sehr, sehr oft Beachtung gefunden im kurzfristigen Bild. Und wir sehen es auch hier. Hier sind wir im August einmal reingelaufen und dann ging es nach unten ab. Dann sind wir jetzt hier wieder reingelaufen am Freitag. Und das war der Tag, wo auch der sehr, sehr große Abverkauf kam. Da gab es diverse Faktoren, die dafür gesorgt haben aus technischer Sicht. Und da ist es jetzt sehr, sehr spannend, was hier passiert. Zwei Dinge sind an diesem Punkt wichtig. Zum einen natürlich das Thema kurzfristiger Rebound. Nach so einem starken, starken Kursschub nach unten hält der Markt oftmals inne und geht so ein Stückchen weit nach oben in die Korrektur rein. Ein bisschen Korrektur haben wir ja auch schon gesehen. Wir schauen uns das Ganze gleich auch nochmal in den kleineren Zeiteinheiten an. Aber der Punkt im mittelfristigeren Bild, also für die nächsten 1-2 Tage, denke ich, ist ein anderer, ein sehr, sehr interessanter. Und zwar haben wir hier die Tatsache, schaut es euch an, wir haben ja, hatte ich gesagt, übergeordnet definitiv einen Abwärtstrend. Der ist am Laufen, das kann ich hier mal einzeigen. Also hier, der ist sehr, sehr schön abwärts gerichtet. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, sollten wir hier unter dieses Level fallen, unter dieses kleine Zwischentief, um die Marke von 115, dann haben wir hier untergeordnet einen Trend. Dann haben wir Trend in Trend. Das heißt, wir haben zwei Abwärtstrends in einer Zeiteinheit. Wer das noch nicht kennt, gerne mal bei uns im Seminar vorbeischauen. Und da gehe ich ganz stark drauf ein, was das mit den Trends auch zu tun hat und was wir von einem Trend in Trend erwarten können. Und wenn das Ganze, wie schon gesagt, schön nach unten durchläuft, dann haben wir einen Trend in Trend. Und sollte das passieren, das heißt, wenn wir hier auch unter das Tagestief vom Freitag fallen, ist schon mal so ein bisschen der erste Startschuss dahin. Und hier unter der Marke von 105,10, da ist der Weg erst einmal frei zum Zwischentief hier um die Marke von, genau gesagt, um den Preis von 104,18. Das ist das Tief hier unten gewesen. Da setzt sich dann dieser Trend nach unten hin fort, durch Trend in Trend. Und das gibt dann weiteres Potenzial zur Unterseite rein. Und wenn wir da mal schauen, wo Potenzialpunkte liegen, da muss ich mich mal kurz ein kleines Stück zur Seite drehen. Denn da haben wir hier unten aus der Woche raus, hier hat man so einen kleinen Spike nach unten, also nicht aus der Woche raus, aus diesem Aufwärtstrend, dem kleinen, den wir hier drüben gehabt haben. Dieses Spike unten um die Marke von 103, beziehungsweise hier die 101, das Tief des Jahres. Das sind dann mal die Marke, die Fakten, die wir da auf dem Tisch haben zur Chartunterseite hin, die da kommen können. Ansonsten, wie schon gesagt, wenn wir erst einmal ganz kurzfristig einen Rebound erleben, da gehen wir mal kurz in den Stundenchart rein. Wir sehen ja hier den Markt auch schon nach oben trenden, also wenn wir uns mal kurz hier den kleineren Zeitrahmen auch einblenden lassen wollen. Wir sehen es hier, da haben wir den Markt nach oben laufen. Wir sehen hier die steigenden Hochs, die steigenden Tiefs. Das ist so ein bisschen das Thema Rebound. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wo geht es hin? Und da ist der Bereich, in dem wir momentan verortet sind, ein relativ interessanter. Ich zeichne das mal ganz kurz ein. Wir haben hier sozusagen diesen Bruchbereich nach unten hin. Das ist also das Risiko, dass der Markt dort immer wieder abprallt. Für die Longseite ist definitiv gegeben. Und wir sehen es halt an dieser Stelle, will der Markt momentan zumindest noch nicht wirklich höher. Schafft das allerdings drüber. Und das ist dann der Punkt, wo man sagt, da könnte es durchaus ein bisschen höheren Rebound geben. Da sieht man halt, hier ist nicht viel Luft. Die Volatilität, der starke Abgabedruck. Wir sehen es an diesen langen, langen Kerzen. Die war schon ganz ordentlich in dieser Zeit. Und das hat, wie schon gesagt, den starken Abgabeschub gegeben. Wenn wir hier über diese Marke von 105.8 drüber laufen, das wäre dann interessant. Dann könnte es zur Ausweitung nach oben hin kommen und das kurzfristige Rebound-Szenario mit reinbringen. Das ist mal der Blick in das kleine Bild hier für den Tageshandel. Auch das, was interessant sein könnte. Also wirklich, was passiert hier oben? Ich klemm da mal noch ein Preisschildchen dran, beziehungsweise ich ziehe einfach mal eine Linie rein. Schaut mal hier, ungefähr die 105.8. Ach, das ist jetzt das wichtige Level, was wir hier auf der Uhr haben müssen, wo wir sozusagen drüber müssen, um die Korrektur auszudehnen. Aber passiert das nicht und gehen wir immer wieder an diese Marke ran und prallen nach unten hin ab. Das wäre dann eher das Thema Short-Szenario. Und das sehen wir dann hier unten. Hier, schaut euch das mal an, was sich hier an dieser Stelle ergibt. Der Markt läuft hier ziemlich steil auch nach oben. Das heißt, man hat hier sozusagen auch die kleineren Trends unten mit am Laufen. Und wenn das nach unten rausgebrochen wird, das könnte dann sozusagen das Indiz darstellen, dass der Markt tatsächlich runter möchte. Und da kommen dann die zwei, ja, sag ich mal, Marker ins Ziel. Zum einen hier das Tief, was wir am Freitag gehabt haben, um die Marke von 1.052. Und dann haben wir schon hier, beziehungsweise, ja, das war der Rutsch vom Freitag. Und dann haben wir hier schon das kleine Zwischentief bei 105.1, das wir gerade im Tagesschart gesehen haben. Das sind mal so die Marke, die wir da haben. Also geht es um das Freitagstief. Wird es erstmal interessant, was passiert hier am Zwischentief bei 1.05. Und dann, wenn es dann nach unten geht, dann ist der Weg frei auf die Marke von 104. Das auf alle Fälle mal im Radius des Tradings mithaben. Das wird das kurzfristige Bild so. Und jetzt schalte ich mal ganz kurz um. Ich hatte es im Research ja auch mit ein bisschen versucht zu skizzieren. Ich hoffe, es war gut erkennbar, was ich hier auf der Uhr habe. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal diesen längerfristigen Chart anschauen. Ich habe jetzt hier mal den Wochenchart vom Währungspaar US-Dollar, japanischen Yen angemacht. Da sehen wir eine wichtige Marke. Und das ist auch der Bereich, in dem wir gerade verortet sind. Und das ist die Marke um die 105. Wir hatten die gerade gehabt. Fällt der Markt dort runter, dann haben wir durchaus auch zumindest kurzfristig Potenzial nach unten. Aber wir sehen, was in der Historie an der Marke von 1.05 immer wieder passiert ist. Starker Abverkauf, draufgelaufen, hoch. Dann ging es deutlich nach oben rein. Hier haben wir es wieder gehabt. Reingelaufen, deutlich nach oben. Hier reingelaufen, deutlich nach oben. Hier unten reingelaufen, weit nach unten, aber nur ein Spike sofort wieder aufgekauft, wieder nach oben gelaufen. Und das ist ein Szenario, das steht jetzt durchaus wieder mal zur Debatte. Das heißt also, auch wenn wir den Rahmen, den Raum nach unten durchaus da haben, wenn dieser Bereich hier bei 105 kein Support mehr gibt, dann ist natürlich der Weg nach unten hin frei. Und mit Blick in das lange Bild sieht man auch das weite Potenzial nach unten hin. Also hier unten die Marke von 101 ist durchaus ein planbares Szenario. Auch wenn es nur ein Spike wird, das werden wir dann sehen, wie es ist. Aber es ist definitiv da. Aber sollte der Markt nicht in den Kaufdruck nach unten hin kommen, sondern genau wie in den letzten Malen, sozusagen in diesem Bereich reagieren und mit Stärke zurückkommen, dann haben wir durchaus Chancen, nach oben rein zu laufen. Das heißt, wenn wir hier ein nachhaltiges Abreißszenario bekommen, auf die Art und Weise bin ich ja gerade schon mal im Tagesschart eingegangen, dann haben wir durchaus Potenzial nach oben. Und wenn wir uns das Ganze hier im Wochenschart mal anschauen, dann sehen wir, wo die Anlaufpunkte sind. Und wenn wir hier mal ganz kurz den Zeitrahmen nach unten sehen, die kleineren Trends nach unten anzulaufen, dann haben wir hier bei einem Abrell auf alle Fälle mal die Marke von 107, die wir durchaus auf der Uhr mit haben können. Oben drauf die 108, also hier oben dieser Schwungbereich und dann im größeren Bild natürlich hier die 109. Das sind die größeren Marker, die wir hier sehen, am Bereich nach oben hin. Also da ist durchaus Potenzial da. Also wichtig wäre es, wenn es den Abprall gibt, erst einmal hier für das längerfristige Bild über die 107 drüber zu gehen. Da brechen wir auch diese starke Abwärtstrendlinie nach oben hinweg. Und dann haben wir die Chancen, die weiteren Marker mit anzulaufen. Und das ist durchaus ein Bild, was Relevanz haben kann hier mit Blick auf den US-Dollar-Japanischen im größeren Bild im Wochenchart an dieser Stelle. Ich wollte übrigens kurz noch hinweisen, ich sehe heute wieder keine Nachrichten auf dem Facebook-Stream live. Ich versuche mal ganz kurz noch ein anderes Bild zu kriegen hier, kurz einen Augenblick. Mal schauen, ob es mir gelingt hier, den Facebook-Stream auf einem anderen Weg noch aufzumachen, dass ich das die Krücke sozusagen mitmachen kann. Das sieht gleich, ich schaue gleich mal rein. Die Elena schreibt mir auch gerade eine Frage ist, wie ich Neuseeland oder US-Dollar sehe. Da gehe ich sehr, sehr gerne auch drauf ein. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz auf einen zweiten Ablauf hier, dass ich vielleicht das Video mal mit sehe, wie es gerade läuft. So, mal schauen, ob es läuft. Na, ich sehe hier gerade keine Fragen. Okay, alles klar. Mal da sehen. So, gut. Das geht gerade nicht. Elena, danke für die Frage. Neuseeland-Dollar, US-Dollar habe ich auf der Uhr, schreibe ich mir auch gleich mal noch mit auf. Neuseeland-Dollar, US-Dollar. So, da gucken wir gleich drauf und wir machen jetzt weiter mit den Währungspaaren US-Dollar, Schweizer Franken. Und dann schauen wir natürlich auf den Euro, weil der ist ja auch für viele, viele Händler von uns interessant. Wir starten hier mit dem Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Den hatte ich ja vor meinem Urlaub auch schon das ein oder andere Mal besprochen mit Bezug auf diese Trading Range, die ich hier drinnen habe. Also hier haben wir auch wieder das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken mit Blick in die größere Zeiteinheit hinein. Und zwar auf dem Wochenchart mit Absicht mal auf dem Wochenchart. Für die kurzfristigen Schweizer ist das Bild nämlich interessant. Im Tagesschart sehen wir nicht genug Historie. Deswegen hier erst einmal der Blick in die Woche. Und was es hier an dieser Stelle zu beachten gibt, ist einfach der Punkt, dass wir momentan einen recht schwachen US-Dollar haben. Und das wirkt sich natürlich auch auf andere Währungspaare aus an dieser Stelle. Und diese Schwächen in dieser Stelle, die bringen dann halt den Druck auch nach unten hin. Und das sehen wir hier entsprechend halt momentan auch im US-Dollar, Schweizer Franken. Und worauf es mir jetzt hier ankommt, ist eine Kerze, die den Weg nach unten hin frei macht. Und zwar, kurzen Augenblick, ich zeige die ganz gleich auch mal. Hier, diese Kerze. Ich mache mal kurz hier den Pfeil dran. Diese Kerze ist die wichtige Kerze. So, ich hoffe, das kann man erkennen. Diese Kerze, die wir hier drinnen haben, das ist eine Außenkerze auf Wochenbasis wohlgemerkt. Und innerhalb der Range dieser Außenkerze schwankt der Markt momentan nach oben und nach unten hin und her. Und das ist das Interessante. Bricht der Markt für die Schutzseite unten drunter, dann haben wir nämlich das, was wir brauchen. Dann haben wir den Weg nach unten frei. Und dann können wir durch die aktuelle Sache, die wir laufen haben im US-Dollar, weiter den Weg nach unten beschreiten. Das heißt, ich mache mal ganz kurz hier die Marker dran. Oben und unten hier ganz grob bitte nicht auf die letzte Nachkommastelle festlegen. Aber das ist mal die Range, die wir hier momentan haben. Und momentan sieht es nicht so aus, als wenn der Markt Lust hat, hier deutlich die Oberseite anzulaufen. Das kann natürlich immer wieder passieren. Aber sollten wir tatsächlich unten rausfallen, das öffnet dann halt den Weg zur Unterseite. Und wenn ich das nochmal kurz etwas zusammenraffe an dieser Stelle. Der Weg ist dann erst einmal hier. Moment, da muss ich mal noch kurz in den Monatsstart reingehen, wo wir es haben. Schaut mal hier unten, diese Marke um die 0, naja, knapp 88. Das wäre mal der nächste Anlaufpunkt zur Unterseite. Also da haben wir deutlich Potenzial zur Unterseite rein. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal eben ganz kurz auf Tagesbasis an. Da sehen wir nämlich den Trend auf Tagesbasis mittlerweile auch am Laufen. Hier, da ist er drinnen. Ich skizziere den mal ganz kurz ein hier an dieser Stelle. Also schaut euch das Ganze mal an hier im Fortgang. Hier haben wir sehr, sehr schön den Abwärtstrend am Laufen. Und dieser Abwärtstrend hatte sein Low halt am Tief dieser Kerze in Wochenbasis oder auf Wochenbasis, die ich gerade gesagt habe. Und wenn es hier unten drunter läuft, setzt sich dieser Trend fort. Und das wäre dann halt auch das erste Zeichen, dass der Markt versucht, das Potenzial zur Unterseite raufzunehmen. Das heißt hier bitte das Ganze auf die Watchlist nehmen und unten die Unterseite bei 0,90 auf dem Schirm haben. Wenn es dort drunter läuft, hier, dann haben wir die Trendfortsetzung und auf großer Sicht das Potenzial, den Weg nach unten auch mit abzuarbeiten. Warum sage ich immer das Thema auf großer Sicht? Es gibt um diese alten Trendtiefs immer mal so ein bisschen hin und her. Das kann für einen ganz kurzfristigen Trade etwas hinderlich sein. Wir wissen es, dass diese Trendbrüche manchmal, beziehungsweise die Trendfortsetzung manchmal etwas Zeit brauchen, bis sie richtig Fahrt aufnehmen. Und das könnte für den ganz kurzfristigen Trader etwas hinderlich sein. Ja, das heißt deswegen suchen wir uns für die kurzfristigen Trades eher die Anlaufpunkte hier in den tieferen Korrekturen. Aber auch da sieht man, dass es eine ganze Weile dauern kann, bis es nach unten läuft. Aber wenn es hier einmal nach unten durchgeht und das ist das vielleicht auch für den einen oder anderen Swing Trader, der Weg nach unten ist frei. Und das kann ganz in Ruhe nach unten auch getradet werden. Wie schon gesagt, den Marker haben wir entsprechend da. Oberseite dieser Kerze hier, die 0,91, die würde dann auch dafür sorgen, 0,91, 6 hier, dass dieser Trend rausgenommen wird. Dann wäre wieder das Szenario zur Oberseite hin offen. Aber solange wie der Dollar so agiert, wie er momentan agiert, haben wir da eher den Weg nach unten hin, als den Weg des leichteren Widerstandes. Und das ist das, was wir hier als Trader momentan im US-Dollar, Schweizer Franken auch mit sehen. Und damit schalte ich mal noch rüber zum Währungspaar Euro, US-Dollar. Den haben wir hier. Das Ganze mit Blick auch ein bisschen auf das größere Bild. Hier habe ich aber gleich mal den Tagesschart mit offen gelassen. Da zoomen wir auch gleich ein bisschen rein. Und hier haben wir eine schöne Sache, die wir haben. Der starke Anstieg nach oben. Ich bin ja auf dieses Gesamtbild vor meinem Urlaub auch nochmal eingegangen, dass ich durchaus auch erwarte, dass der Markt doch das Potenzial zur Oberseite hin hat. Und wenn wir uns das Chartbild an dieser Stelle jetzt mal anschauen, hier oben rein um die 1,21, 1,22 hier oben, haben wir einen Verkaufsbereich. Und zwischendrin liegt nicht wirklich viel, was als massiver Widerstand dienen kann. Das heißt, das ist ein sehr, sehr interessantes Level. Wir sehen es hier. Die 1,18 haben wir rausgenommen. Das war hier oben der ehemalige Widerstand um diesen Bereich herum. Und wir sind drüber gelaufen und halten uns auch momentan relativ gut oben drüber. Und das ist das Interessante, was wir hier sehen an dieser Stelle. Wenn man sich es auch mal etwas näher anschaut, dann haben wir hier weiterhin schön den Aufwärtstrend am Laufen. Hier, wenn wir es mal einklicken, die letzte Bewegung ist schön weit gelaufen und hat hier oben untergeordnet auch den Trendverlauf mit drinnen. Den blinke ich auch mal ganz kurz einschaut. Das ist hier der letzte Schub, der Trend, der hier unten gestartet ist bei 1,11, 7. Schön nach oben reingelaufen. Und was jetzt interessant ist, ist natürlich, was macht der Markt hier oben? Wir haben es gesehen, immer dann, wenn der Markt über die 1,19 bis 1,19, 4 gelaufen ist, ist ein bisschen schwächer reingekommen. Dann ging es wieder in die Korrektur rein. Das ist auch das Interessante. Hier momentan kommen wir aus den Korrekturen nach unten immer wieder gut nach oben raus. Und oben wird die Luft ein bisschen dünner. Jetzt wird es natürlich interessant zu sehen, was hier los ist. Der Freitag ist auch hier ein relativ starker, dynamischer Tag nach oben gewesen. Das heißt, da können wir durchaus auch etwas Gegenbewegung erwarten. Die Marke von 1,18 ist auch immer wieder ein Anlauftestbereich gewesen. Aber wenn der Markt hier tatsächlich zur Oberseite rausgeht, das heißt, hier oben, da oben drüber läuft, über die 1,19, 6, da haben wir dann doch die Chance, dass sich dieser Aufwärtstrend nach oben fortsetzt und wir dann endgültig den Schub nach oben mitbekommen. Für die Longseite, das ist das interessante Level. Auf der Shortseite muss man natürlich immer schauen, was passiert. Aber ich sage mal so, hier unten, wir haben doch ein relativ gutes Support Level hier, auch ein bisschen breiter gefasst. Aber man kann sagen, um die Marke von 1,17, 5 in etwa haben wir ein relativ starkes Support Level. Also da kann der Markt durchaus noch ein bisschen hin und her schwingen. Ein stärkerer Korrekturbedarf, der besteht dann, wenn wir tatsächlich hier unter die 1,17, 5 drunter laufen, deutlich drunter durchgehen. Hier sehen wir es auch, wenn wir unten die alten Tiefs draus nehmen, die liegen ja auch relativ eng aneinander, die Korrekturtiefs, die wir hier drinnen gehabt haben. Wenn die nach unten rauskommen, da könnte es durchaus Dynamik geben und hier das Ganze dann runterbringen zu einem Test der alten Level, die wir drüben gehabt haben. Wenn ich das Ganze nochmal kurz zusammenraffe, dann sehen wir es ein bisschen besser. Also hier dieses Ausbruchslevel, beziehungsweise hier die wichtige Marke, etwas um die 1,15, das ist dann nach unten da. Aber momentan, wie schon gesagt, auch aufgrund der Gesamtsituation, die wir in den USA haben, auch durch die Maßnahmen der FED, im Bereich auch der Inflation. Das hat ja auch starke Auswirkungen auf die Bonds gehabt in den USA. Das sind die Sachen, die wir hier eher auf der Long-Seite sehen. Das heißt, wenn das Verhältnis Euro-US-Dollar so bleibt, wie es ist, dann ist halt der Weg nach oben eher der, den der Markt angeht. Wir müssen einfach mal schauen, ob er spielt und drüber rausgeht und wie schon gesagt, wenn er tatsächlich drüber rausgeht, mit Blick auf die Woche, sehen wir auch, das nächste Level haben wir oben um die 1,21, 1,22. Da ist nicht wirklich viel. Das heißt, den Euro kann man hier durchaus etwas bullisch sehen. Kurzfristig allerdings, wenn wir hier mal ganz kurz in den Stundenchart reingehen und dann nehme ich mal die Zeichnung der Trends auch wieder raus, muss man einfach schauen, wo es hingeht. Weil im kurzfristigen Bereich haben wir hier halt auch gerade ein Level hier oben, dieser Bereich, wo wir angestoßen sind, hier dieser Verkaufsbereich hier oben um die 1,19, 3. Der ist schon im Widerstand und wenn wir hier tatsächlich etwas abprallen, wie schon gesagt, wir sehen es auch nach unten hin. Der Markt hat hier Luft unten rein, hat auch ein paar Supportzonen hier. Also hier, wenn wir uns die Stunde mal anschauen, die Marke um die 1,19, 4,7, 1,19, 5, sorry, 1,18, 4,7, 1,18, 5, dieser Bereich, das war der Bruchbereich hier, als wir über dieses Widerstandslevel rausgelaufen sind. Das wäre mal auch ein Marker, den wir durchaus auf der Unterseite mit sehen können und etwas oben drüber gibt es natürlich auch noch den einen oder anderen Anlaufpunkt, den wir hier an der Stelle haben. Und zwar hier im Kurzfristbereich, hier schaut mal die Korrektur-Tiefs. Also wenn wir hier tatsächlich einen Bruch nach unten hinbekommen und der Markt etwas tiefer ausdehnt, die Marke von 1,18, 6,80 bis 1,18, 7, die wäre auch noch mit da, um rauszugehen im Kurzfristbereich. Beziehungsweise hier noch ein Stück weit höher das Level, als wir hier über dieses Zwischenhoch drüber gelaufen sind, die Marke von ungefähr 1,18, 8. Die Punkte haben wir unten für die planbare Korrektur, falls wir hier tatsächlich von der 1,19, 3 in etwa nach unten hin etwas tiefer atmen und hier die Short-Seite bedienen wollen. Im Kurzfristbereich das dazu und dann schauen wir uns jetzt noch den Wunschmarkt an, Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Bei Zoom sehe ich gerade keine Wunschmärkte, das passt soweit. Also hier Neuseeland-Dollar, US-Dollar und dann schauen wir auch noch mal ganz kurz auf den DAX zum Wochenstart. So, Neuseeland-Dollar, US-Dollar haben wir hier an dieser Stelle verortet. Wir sehen es auch schon wieder in dem alten Widerstandsbereich um die 0,67, 5,5. Ich raffe das Bild mal kurz etwas zusammen, dass wir etwas mehr Historie sehen, beziehungsweise ich gehe einfach mal ganz kurz in den Wochenchart mit rein, aber hier müssen wir auch zoomen. Wir sehen es hier an dieser Stelle, wir haben einen schönen dynamischen Aufwärtstrend am Laufen, und zeigt das Trend-Tool auch sehr, sehr schön an. Und wir sind mittlerweile in einen wichtigen Verkaufsbereich reingelaufen. Hier oben, wir sehen es die 0,67, 5,5. Wir haben das Ganze schon mal analysiert. Das ist ein wichtiger Bereich. Und hier oben sehen wir kurz die Schwäche auch am Laufen. Also auch hier hatten wir eine sehr, sehr starke, eine sehr, sehr starke letzte Handelswoche, die wir gehabt haben. Und solche Wochen, die werden auch immer mal so ein bisschen korrigiert. Und das ist für das kurzfristige Bild doch interessant. Das schauen wir uns gleich auch mal an. Für das mittelfristige Bild wäre es halt interessant, wie die Korrektur jetzt ausschaut. Wenn wir hier beispielsweise eine Korrektur auf relativ hohem Niveau sehen. Das wäre interessant an dieser Stelle zu sehen. Dann bleibt die Stärke nämlich im Markt. Und das sind dann Indizien, dass wir durchaus nach oben laufen können. Also das heißt, bricht der Markt oben über die 0,67, 5,5 drüber, haben wir den Weg nach oben hin offen. Hier in das kleine Hoch um die 0,67, knapp 9. Und dann hier diesen Verkaufsbereich um die 0,69, knapp 5. Die Marker, die haben wir immer noch drin liegen. Das ist das Potenzial zur Oberseite. Jetzt wollen wir uns allerdings einmal kurz hier den Chartverlauf auf Tagesbasis mit anschauen. Und da sehen wir auch sehr, sehr schön, dass der Trend nach oben läuft. Hier, ich habe es mal ganz kurz eingezeichnet. Also alles gut, alles da. Schön der Supportbereich hier unten um die 0,65, 1. Den haben wir auch da. Den ziehe ich mal ganz kurz rüber. Und das ist auch der Bereich des Trendtiefs an dieser Stelle. Und jetzt stehen wir halt hier oben, wo wir stehen. Und wenn wir uns das mal schauen, einfach hier auf Tagesbasis. Ein Supportlevel wäre mal hier ganz knapp, um die Marke von 0,67 zu sehen. Auf der Tagesbasis. Aber hier sehen wir nicht genug. Das heißt, ich gehe einfach mal ganz kurz runter in den Stundenchart. Ich stelle den Chart mal noch ein bisschen besser ein, dass wir hier etwas mehr sehen können. So, da haben wir es. Und da sehen wir halt diese hohe Dynamik, die wir auch am Freitag nach oben hin gesehen haben. Und jetzt ist die Umkehrkerze auf Tagesbasis ja schon erkennbar. Und wir sehen jetzt hier im Stundenchart, was da wichtig ist. Und zwar schaut euch das mal ganz kurz an. Hoppala, da haben wir es drinnen. Schaut mal, es wird schon in Rot angezeichnet, dass da so ein bisschen Gefahr zur Unterseite da ist. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen wollen, dann sehen wir uns das Ganze mal an. Hier der starke Schub nach oben hin, die extrem dynamische Aufwärtsbewegung. Und hier unten gab es dann ein Level. Hier, das ist dieser Bereich unten rein. Wartet mal ganz kurz einen Augenblick. Hier unten, dieses kleine Tief, das ist momentan die Stelle, wo man sagt, wenn es da nachhaltig drunter geht, ist das die Korrektur. Wir sehen es untergeordnet, der Markt trendet schon runter. Das ist momentan allerdings nur die Korrektur. Also aktuell ist hier alles noch mehr oder weniger nicht entschieden. Aber wir sehen es halt hier unten. Die 0,67,2 ist wichtig. Fallen wir hier drunter. Wird halt dieser dynamische Aufwärtsschub mit dem Trend nach oben hin rausgenommen. Und das gibt uns dann das Korrekturpotenzial zur Unterseite mit rein. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, wo potenzielle Anlaufmarken dann sind, dann sehen wir das Ganze auch hier natürlich auf Basis der Tatsache, wo Ausbruchpunkte beispielsweise gewesen sind. Und dann sehen wir es mal hier, wo auch die Dynamik schön stark drüber gelaufen ist. Das wäre hier ganz knapp die Marke von 0,66,75, 0,76 in etwa. Also dieses Spike hoch, als wir drüber gekauft sind, laufen sind. Das wäre mal das Erste. Ansonsten Unterstützungsbereiche haben wir natürlich auch mit da. Und da haben wir ganz klar hier zu nennen, hier unten diese Marke bei 0,66,2. Das ist ein Bereich, den wir hier in der Stunde sehr, sehr schön sehen, der durchaus das Potenzial hat, dass der Markt, wartet mal, ich mache es mal kurz ausgefüllt, dass der Markt reinläuft nach unten hin und dieses Support Level auch anläuft und von hier an dieser Stelle dann nach oben dreht, beziehungsweise hier das Zwischentief um die 0,66, diese runde Marke. Das sind Marke, die wir durchaus da haben, wenn der Markt hier doch ein bisschen stärker nach unten durchatmet. Also der Entscheidungspunkt ist hier die 0,67,2. Und wenn wir uns das Ganze mal eben in den 15 Minuten auch anschauen wollen, da sehen wir es halt hier oben, diesen starken, starken Seitwärtslaufen, wie schon gesagt, wenn er sich nach unten auflöst, das heißt hier dieses Tief rausgenommen wird. Das gibt uns dann erstmal den Weg nach unten mit frei und wir sehen es hier an dieser Stelle hier, da sehen wir den Markt nach unten laufen und die Ausbruchslevel sehen wir hier im 15 Minuten Chart auch sehr, sehr schön. Also ein Auge bitte auf die 0,67,2 und dort wird entschieden, ob wir hier heute einen Korrekturtag sehen oder ob wir hier diese 0,67,2 als Boden nehmen, um weiter nach oben zu laufen, um die Potenziale auf der Oberseite auch mit rauszunehmen. Das zum Neuseeland-US-Dollar. Kurze Frage, Elena, ich weiß, dass du auch zuschaust, wenn noch weitere Fragen sind. Ein kurzer Hinweis per Skype wäre da nett. Ansonsten mache ich jetzt weiter hier mit Blick auf den DAX, den schauen wir uns einfach nochmal ganz kurz an, wie er hier in den Wochenstart reingeht. Jetzt haben wir es ja direkt 9 Uhr auch mit drauf und im DAX, wir sehen es hier an dieser Stelle, der schlängelt sich sehr, sehr schön nach oben und schnuppert immer mal so ein bisschen an der Marke von 13.300. Elena sagt gerade nichts im Facebook, danke dafür. Und das ist jetzt interessant, das ist eine sehr, sehr spannende Situation, die wir hier im DAX momentan auch haben und zwar ist das tatsächlich hier oben dieses Level, dieses Zwischenhoch hier bei 13.315 Zählern, das gilt es rauszunehmen, hier das Wochenhoch letzte Woche, das lag ja ein kleines Stückchen höher beziehungsweise ein kleines Stückchen drunter hier in dem Bereich um die, jetzt muss ich gerade mal selber noch ein bisschen weiter reinzoomen hier, um die 13.267. Das ist das, was wir hier haben. Wir sehen es momentan auch ein bisschen Unentschlossenheit nach unten hin. Der Markt lupft immer mal so ein bisschen nach unten hin an, will aber noch nicht so richtig runter, sondern zieht es wieder hoch. Das sind so die Marke, die wir hier haben. Die 13.000 Punkte Marke, das ist ein Bereich, der ist wichtig, das ist ein psychologisch wichtiger Bereich, auch hier dieser Marktbereich in dem Ausbruchslevel, beziehungsweise, wenn man es mal ein bisschen dicker zieht, hier dieser Gesamtbereich, den wir hier haben, verharren im Ausbruchslevel momentan. Wenn dieses Ausbruchslevel allerdings abverkauft wird, ja, dann müssen wir schauen, wo haben wir denn wichtige Marke. Und ein wichtiger Marke auf der Unterseite ist hier das Zwischentief, sage ich gerade, das Freitagstief bei etwas unter 12.950 Punkten. Das ist hier an dieser Stelle zu sehen. Das ist das Tief. Und wenn der Markt sich tatsächlich entscheidet, hier das Tief rauszunehmen, dann müssen wir natürlich schauen, wo es unten rausgeht. Und da haben wir hier an dieser Stelle, ich ziehe diese Linie mal ganz kurz rüber, ein Supportlevel, weil wir nämlich über die Marke von 12.750 drüber gelaufen sind, ist das Ganze ein Supportlevel gewesen. Und da würde es mich nicht wundern, wenn der Markt die Unterseite spielen möchte, dass wir diesen Bereich auch entsprechend mit anlaufen und das Ganze entsprechend antesten. Heißt also entscheidende Marke hier 12.940 Zähler. Ich mache das Ganze mal kurz in einer blauen Linie. Das ist die entscheidende Marke, die wir hier haben. Und das schauen wir uns jetzt ganz kurz mal noch im Kurzfristbereich an. Also für das, was wir auf Tagesbasis mit haben. Ich mache da gleich mal noch das Hoch hier an das Freitagshoch, weil die Freitagskerze war ja eine extreme Unentschlossenheitskerze, die wir hier sehen. Oben und unten Schatten und der Kerzenkörper relativ klein in der Mitte. Da sehen wir immer, dass der Markt sehr, sehr unentschlossen ist an diesen Punkten. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie es die Woche für sich sieht. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal eben im 15-Minuten-Chart auch anschauen wollen, da muss ich allerdings ein bisschen reinraffen, dann sehen wir hier an dieser Stelle ganz klar, der Markt trendet hier im 15-Minuten-Chart schon ein bisschen was nach oben weg. Aber die Entscheidung ist halt noch nicht ausgefallen. Und hier in den 15-Minuten sehen wir halt sehr, sehr schön die, sag ich mal, die Barrieren der Kerze vom Freitag, wo es herangelaufen ist. Und wie schon gesagt, hier, wir sehen es im größeren, in Anführungsstrichen, Bild der 15-Minuten. Wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen, mal hier, wir sehen es, der Markt hat fallende Hochs, fallende Tiefs. Das ist also schon ein Kennzeichen für einen eher abwärtsgerichteten Markt. Aber im kleineren Bereich sehen wir halt, dass der Markt hier doch wieder etwas nach oben möchte. Das heißt, die Entscheidungsbereiche, die auch hier offen sind, im Kurzfristbereich, wäre erst mal hier entsprechend oben drüber zu gehen. Das heißt, wenn wir das hoch hier drüben mal nehmen, hier, was wir hier drüben gehabt haben, das wäre mal die Marke um die 13.051 Zähler. Da drüber würde das Potenzial zur Oberseite auch da sein. Dann haben wir einen Tag, der relativ positiv laufen könnte. und die Oberseite mit anzunehmen. Also knapp 13.200 Punkte haben wir ja hier oben auf der Uhr das Level, wo die blaue Linie liegt. Das wäre ein Anlaufpunkt für entsprechend die Long-Seite. Auf der Short-Seite müssen wir einfach auch schauen. Wie schon gesagt, wir haben jetzt hier ein Hin und Her so ein bisschen. Auf der Unterseite die Marke, die wir liegen haben, die wir hier im 15-Minuten-Chart sehen. Das sind hier die Preisbereiche hier unten in diesem Kaufbereich um die 13.017-Punkte-Marke beziehungsweise hier an diesem Tief hier unten um die 12.990. Und dann haben wir schon unten das Kerzentief vom Freitag bei 12.000 um. Was haben wir hier unten am Tief? Ich ziehe es mal ein bisschen näher ran hier unten um die, naja, 12.945 Zähler. Das sind mal die Short-Level, die wir haben. Aber wir sehen es momentan zumindest. Ich mache mal ganz kurz die Trenderkennung raus. Sehen wir, dass der Markt doch positiv zumindest in den ersten Minuten des Handels startet. Wenn wir uns das Ganze mal kurz im Minuten-Chart auch anschauen wollen, da sehen wir es hier. Handel geht los. Der Markt trendet im Kleinen nach oben. Und wie schon gesagt, hier oben diese Marke haben wir da liegen. Wenn es dort drüber läuft, könnte das so ein Order-Flow nach sich ziehen. Und dann hier oben Richtung 13.200 beziehungsweise hier 13.265, 66 Punkte-Marke laufen. Das wären mal Marker, die wir durchaus auf der OMIT haben können. für den Blick in den DAX. Und damit haben wir die Marktbesprechung hier an dieser Stelle durch. DAX haben wir, Euro, US-Dollar, haben wir US-Dollar, japanische Yen war auch da. Also viel für den heutigen Tag auch mit auf der OMIT, wo es spannend werden kann. Ich sage danke fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter. Und ich sage Tschüss bis morgen früh um 8.30 Uhr hier mit dem Live-Blick in die Märkte. Vielen, vielen Dank und eine gute Handelswoche schon mal jetzt voraus. Tschüss und bis morgen.